Das Glück in Dir, wie Du Dein Leben lebendiger machst Von Kobi Yamada Du platzt vor lauter Hoffnungen, Begabungen und Möglichkeiten. Du kannst so vieles geben, so viele schenken. Es ist Dein Leben, es ist Deine Zeit. Es ist Deine Chance, all das zu tun, was Du schon immer tun wolltest. Lebe mutig, kümmere Dich ernsthaft um andere, teile großzügig, koste jeden strahlenden Moment so gut wie möglich aus. Fülle Dein Leben mit Liebe und packe Deine Tage voller Wunder. Denn wenn Du Dich mit Freude auf alles, was Du tust, einlässt, ist das der Moment, in dem Du lebendig wirst. Ist das der Moment, in dem sich Magie entfaltet. Träume, bis es wahr wird. Daran zu glauben, dass es möglich ist, ist ein wichtiger Teil davon, dass etwas wahr werden kann. Mach den größtmöglichen Schritt, den Du kannst, auf das zu, was Du willst. Dann, von dort, geh einen weiteren Schritt. Wenn Du etwas Neues möchtest, versuche etwas Neues. Erschaffe, wovon Du Dir wünschst, es würde es geben. Unsere größten Hürden sind oft wir selbst. Glaubst Du an Dein Scheitern, scheiterst Du vermutlich. Aber glaubst Du, dass Du es schaffst, wirst Du es viel eher schaffen. Verliere Dich in dem, was Du liebst und finde Dich dort wieder. Kommen Zweifel auf, liebe mehr. Unser Herz gleicht einem Luftballon. Je mehr es sich füllt, desto mehr will es fliegen. Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, bis es doch klappt. Entschlossenheit schafft sich ihre eigenen Möglichkeiten. Wie Du eine Sache machst, machst Du alles. Und alles, was Du machst, ist es wert, gut gemacht zu werden. Bemühen ist Dein Weg, um etwas zu erreichen. Und noch wichtiger, um Fortschritte zu machen. Du kannst es schaffen, wofür Du bereit bist, zu üben. Angst benutzt Deine Vorstellungskraft, um Dinge zu erschaffen, von denen Du nicht willst, dass es sie gibt. Und Dein Verstand wird glauben, womit Du ihn fütterst. Also füttere ihn mit Hoffnung. Füttere ihn mit Liebe. Füttere ihn mit Wahrheit. Gib niemals auf. Vor allem nicht Dich selbst. Wir bereuen oft Dinge, die wir nicht getan haben. Weitaus mehr als die, die wir getan haben. Riskiere, Dich mit ganzem Herzen auf etwas einzulassen. Riskiere, albern auszusehen. Stelle Mut über Bequemlichkeit. Stehe ein für das, woran Du glaubst, auch wenn Deine Knie schlottern. Mut und Angst zeigen sich oft zur selben Zeit. Denke immer daran, versöhnlich mit Dir selbst zu sein. Tiefe Atemzüge sind wie kleine Erliebesklärungen an Deinen Körper. Sei großzügig. Sei großzügig. Einige der besten Dinge, die Du jemals bekommen wirst, sind die, die Du gibst. Erkenne den Wert, für jemand anderen da zu sein. Gutes zu tun und sich gut zu fühlen, sind miteinander verbunden. Dankbarkeit ist das Geheimnis des Glücks. Wenn Du dankbar bist, findest Du noch so viel mehr, wofür Du dankbar sein kannst. Warte nicht darauf, dass die Dinge einfacher, leichter oder besser werden. Das Leben wird immer kompliziert sein. Lerne jetzt glücklich zu sein. Und sei Dir bewusst, egal welche Zeit oder welcher Tag es gerade ist, jetzt ist immer. Das Leben ist Dein Spielplatz. Vergiss nicht zu spielen. Füge etwas zum Wunder Welt hinzu. Vergiss nicht, Du hast so viel in Dir und so viele Gaben zu teilen. Dein Leben kann alles sein, was Du Dir erhofft hast und noch viel, viel mehr. Dein Leben kann alles sein, was Du gibst.